Die Allianz glaubt, dass ihr schweigender Kartograf irgendwo unter der Insel ist. Der Kartograf ist ein Kartenraum, der uns zum Kontrollzentrum von Halo führt. Auf der Insel sind mehrere Komplexe und Anlagen. In einem befindet sich der Kartenraum. Wir nähern uns der EZ. Das wird brenzlig. Nach der Landung, raus und ran. Und damit herzlich willkommen zurück zu Halo 1. Das ist das erste Video seit ein paar Tagen. Sorry für die lange Abwesenheit. Ich hatte einige Probleme, war krank und es gab da einige familiäre Probleme und konnte deshalb keine Videos machen. Und jetzt bin ich wieder zurück und mache ein Video. Ich war auch echt krank. Könnte ohne Scheiß meine Stimme, ich musste meine Stimme extrem schonen. Das war echt hart. Meine Oma hat den Schlaganfall. Ich habe es im Krankenhaus besucht, war echt nicht krue. Ich habe mich schnell noch eine andere Waffe. Ja, der ist besser. Ah, der Warthog. Sehr gut. Oh ja, wir haben nochmal von vorne anfangen müssen, weil der Speicher sich irgendwie in Luft aufgelöst hat. Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Okay, also vorwärts. Suchen wir den Kartenraum. Dort finden wir hoffentlich die Lage des Kontrollraums. Ich habe dann nochmal neu angefangen, wie ihr es gerade seht. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das Level hinkriegen. Und los! Komm, schießt, Jungs, schießt. Nicht aufhören, immer weiter schießen. Immer weiter schießen. Gibt es sowas umsonst? Okay, wir cleanen uns erstmal alles rundherum, bevor wir irgendwie scheiße bauen. Ich habe meinen Arsch gern sauber. Und meinen Rücken auch. Okay, wir steigen schnell aus. Schnappen wir uns den Schild, was auch immer der bringt. Ich hoffe, der bringt uns einen Haufen. Jetzt möchte ich ganz gucken. Ich habe von meinem Bruder erfahren. Der spielt die Spiel nebenher. Ich habe da auch eine Zeit lang nebenher gespielt, noch nicht so weit. Ich bin zum Gehren. Tunnel. Ich fahre jetzt einfach mal lang. Ah! Stier! Okay, weiter so. Äh, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Weglaufen nützt nichts. Mann, ich will, er ist klasse. Ja, okay, dann. Wir werden sterben. Okay. Vorsicht, Vorsicht, ich jetzt schießt, Jungs. Gib mir einen Zielwinkel. Oh, shit. Mich hat's erwischt. Einer stort. Einer speinert tot. Mir kommst du nicht. Was ist das? Okay, Kumpel. Wir haben unsere Männer verloren. Wir müssen uns zurückziehen. Ich brauche Männer zum Kämpfen. Wir fahren nochmal zurück und holen nochmal zwei neue. Ich bin ein Idiot. Ich passe nicht auf meine Soldaten auf. Ich bin so ein schlechter Commander. Die Allianz gibt alles. Der Kartograf muss also hier sein. Meine Analyse weist darauf hin, dass sich der Kartenraum im Untergeschoss dieser Anlage befindet. Alles klar. Gehen wir weiter rein. Jetzt nicht. Jetzt holen wir uns erstmal neue Truppen. Zwei Mann zum Durch-die-Gegend-Fahren. Komm an. Hopp, hopp. Steigt ein, Jungs. Oh, ein Passagier ist sehr gut. Und jetzt. Tun wir mal so, als ob das gar nicht passiert wäre. Halt die Klappe und stürm. Dort ist es. Gib mir Feuerschutz. Ja, wir sind überall. Wir sind gerade schon zweimal vorbeigefahren. Ich hoffe, wir müssen nicht nochmal vorbeifahren. Voll dieses Vergnügen möchte ich diesen Allianz-Truppen echt ersparen. Noch mehr von denen. So kann man auch Munition sparen. Oh, für jeden. Wir müssen Munition sparen. Okay, ich will mal hier parken. Oh, ja. Hier drüben. Ich bin dran. Lass mal so. Jungs, ihr schießt. Ich guck mal nach Muni. Probier mal. Ich hab noch hier zwei Jungs verloren. Ah, da ist noch. Ich geh mal rein. Ich geh mal hier. Guten Hunger. Bleibt hier draußen. Geh ich mal alleine weiter. Ich nehm mal die hier. Ich bin nervös. Überall könnten die Gegner sein. Da sind die... Sie dürfen die Tür nicht schließen. Interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass die Allianz die Subsysteme von Halo so gut kennt. Sie haben die Türen verriegelt und wir haben nicht genug Feuerkraft, um durchzukommen. Cortana an Kies. Sprechen Sie, Cortana. Haben Sie das Kontrollzentrum gefunden? Negativ, Captain. Die Allianz-Truppen hindern uns am Vormarsch. Wir können nicht weiter, solange das Sicherheitssystem der Anlage nicht deaktiviert ist. Wir nehmen uns einen neuen mit. Verstanden. Wir sind noch immer auf dem Weg zum Ziel. Möglich, dass wir dort keinen Funkkontakt mehr haben. Hier sind Ihre Befehle. Nutzen Sie alle Mittel, um in die Anlage einzudringen und finden Sie Helos Kontrollzentrum. Wir müssen zum Zentrum, und zwar vor der Allianz. Ein Fehlschlag ist nicht akzeptabel. Echo 419 an Bodenteam. Ich bleib' in Stellung und behalte die Allianzler im Auge. Die Allianzler. Zweiter Trupp abmarschbereit, sobald alle oben sind. LZ sieht sicher aus, Sir. Keinerlei Aktivität. Viel Glück, Leute. Gieß. Ende. Scheint so, als ob es einen Pfad zum Inneren der Insel gibt. Wir müssen die Sicherheitsüberbrückung finden, um diese Tür zu öffnen. Was hat man da? Bisschen Muni, bisschen Muni, bisschen mehr Muni. Schmeißen wir mal weg. Wow. Es ist gut zu wissen, dass hier Muni rumliegt. Noch mehr hier drüben. Los geht's. Hey, hey! Treff doch mal. Wird sich hier jeden überfahren. Und nächstes Mal zeigen wir es Ihnen richtig. Oh ja. Ja. Mist. Ähm. Ist wohl doch nicht so hart, was? Bisschen mehr Erschwung, bisschen Erschwung. Ja, wir kommen... Wir sind durch. Ach, zum Glück. Ich hab schon gefühlt, dass wir da nicht durchkommen. Ich würd sagen, wir... Weiter so! Stell den Scheiß-Rortock mal ab und... Geh mal zu Fuß weiter. Oh Gott! 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 Schreischst du mich hier an, Kumpel? So. Da wir da jetzt ein bisschen aufgeräumt haben, können wir weiterfahren. Es ist ein bisschen in der Weg hier. Ich hoffe, dass wir es rechts... Dass wir es leben... Da in Schatten. Okay, Jungs. Wartet hier. Ich guck mal weiter. Alles klar. Ja, Muni. Wow. Au, 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 au. Mein Schild ist da, mein Schild ist da, mein Schild ist ziemlich lau. Au, au, au. Ich hasse das, wenn die mich so abhinden. Ich will die Waffe mitnehmen. Gib mir deine Waffe, Mann. Ich geh jetzt. Kann man den Schild nennen? Ne, kann man nicht. Gut. Wir gehen mal den Watercoin. Wir brauchen unser Auto. Kameraden. Es ist ein bisschen rumgespielt, hier rumzufahren. Das ist echt ein bisschen doof. Es ist wahrscheinlich nicht ausgelegt, dass man hier lang fährt, aber okay. Ich möchte nichts gesagt haben, um diesen Komplex, was auch immer das war, hier passiert. Fahren wir weiter. Trafen wir auf einen Haufen Gegenwehr. Guter Schuss. Ich bin froh, dass ich nicht auf der Gegenseite bin. Ja, sei froh. Äh, ja. Den ein Musiker. Was zum. Das noch einer. Da, wo hinten ist ja auch noch einer. Hab dann. Schön dranbleiben. Ja, ich glaube, ich hab gefunden, wonach wir gesucht haben. Jungens, wir müssen weiter. So, da lang. Äh, ja. Baskel, 100 Punkte, wie immer. Und los. Ich hab da hängen gefunden. Ich möchte dann nicht gern runterfallen, runterfahren, was einfach. Äh, Jungs, hier bleibt. Okay. Habe ich echt keine Schmerzen mit, euch hier zu lassen, aber. Ich fahre jetzt. Ne, ich fahre nicht rein. Jungs, ihr passt mir da auf. Okay. Irgendwie ein paar Schilder rumstellen. Geräusche. Ich kann die nicht ganz genau zuordnen. Wir gehen mal weiter rein. Gucken uns mal um. Okay. Oh, 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 oh. Oh, oh. Die ganz Schilde halten echt einen Haufen aus. Mit meinem normalen Schild wäre ich schon längst down, ey. Mal so richtig down. Aber ist das alles, was ich hier als Gegenwehr kriege? Okay, sieht alles aus da draußen. Mit Holokonsole das Sicherheitssystem runterfahren. Jetzt müsste sich die Tür öffnen lassen, die zum Hauptschacht führt. Wir landen durch Schiff Bravo 22 unter Feindbeschuss. Wiederhole, wir sind unter schweren Beschuss und verlieren Höhe. Verstanden, wir sind unterwegs. Wir haben auch Besuch hier. Ok, nice. Die Jungs haben wahrscheinlich irgendwo an der Ecke gewartet. Chief, Bravo 22 sollte uns ein paar schwere Waffen bringen. Da wir es mit Jägern zu tun bekommen, dachte ich, sie könnten sie gut gebrauchen. Gehen wir den Strand ab. Halten sie nach Frachtausschau, die wir bergen können. How do you come to Strand? Ich sehe Strand, aber... Ich hoffe nicht, wie wir da hinkommen sollen. Ja, das ist der einfachste Weg. Natürlich. Auf jeden werde ich euch umbringen. Einen habe ich ja schon umgebracht. Ah, ein Raketenwerfer. Mitgenommen. Basuka Munition. Sonst hast du was mitnehmen? Waffen, 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 Moni. Sehr gut, sehr gut. Alles klar, ich glaube, wir haben was verbrauchen. Wo ist mein Kamerad? Sag Spaß. Okay, es sieht so aus, dass ich wieder allein durch die Gegend drin müssen. Ich fahre einfach den Strand zurück. Ich denke mir jetzt schon, dass das funktioniert. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Da haben wir den Warthog, der abgestürzt ist. Oder was auch immer passiert ist. Ich bin mir jetzt bloß nicht sicher, ob ich noch mal Männer holen soll. Die laufen mir eh nicht nach. Da ich lustig bin, fahre ich noch mal durch den Tunnel. Oh ja. Ich seh schon, wir haben einen dicken Besuch. Okay, Damm, muss man noch mal hier hochheuern. Man, das ist einfach hier. 4 das schickert durch das nutzen sollten wir sind da Ich glaube, er wäre so da unten durch. Ich fürchte, gleich kommt so ein Dicker, der uns hier... Verarscht! Da haben sie uns aber verarscht. Ja. Was jetzt? Ja. Ich bin zu froh für Sneaken. Ich bin zu cool zum Sneaken. Wir sind doch selber. Hm. Hm. Da macht keine Gegner mehr aus. Dann laufen wir weiter. Ich höre dir doch nicht schön. Okay. Wo war's? Warum? Alles klar. Ich hab rausgefunden. Wo? Ich hab rausgefunden. Was? Und ich weiß warum. Ich hab rausgefunden. Oh. Ich hab' mich nicht bis nach ganz da unten kämpfen müssen. Ich hab' was knicken können, aber was bringt dir das? Okay. Ich glaub' den werden wir brauchen. Verdammt. Das war irgendwie mein Fail. Okay. Ich glaub' wir müssen Strom... Äh... Beziehungsweise... Kick's mal. Oh, 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 oh. Kick's mich hier an. Oh, 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 oh. Kick's mich hier an. Oh, 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 oh. Ich hab' sie somit 잠ens merkt. Ich hab' den solchen Schmalen presente. Vohammer an Bodenteams! 2 feindliche Ladungsschiffe nähern sich Ihnen mit hoher Geschwindigkeit! Verdammt. Okay, Leute. Besuch ist im Anmarsch. Feind bei Kontakt sofort angreifen! Es ist leichter, Sie vom Innern des Komplexes heraus aufzuhalten. Können Sie rein? Negativ! Sie kommen zur schnellenkehr! Negativ! Chief, Sie müssen den Kartografen finden. Wir werden Sie so lange wie möglich beschäftigen. Macht ihn die Hölle, Heismarines. Wenn wir hier nicht raus sind, bevor Verstärkung kommt, wird es hier sehr eng. Suchen wir diese Karte. Sieht nicht so aus, als ob es das ist. Gehen wir mal eins weiter. Ah, hier sieht es doch schon besser aus. Da haben wir auch noch einen Eindruck. Das laufen gegen wer für einen. Ich zähle zu viel. Ich bin nicht mehr. Ich will noch mehr runter. Ich bin nicht mehr mit Granaten rumschieren. Ich bin nicht mehr. Okay, scheiße. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Er ist tot! Lauf! Gibt mal dein Kanaten mit. Da! Die Holo-Konsole müsste die Karte aktivieren. Analyse. Halos Kontrollzentrum ist hier. Wenn ich die Daten richtig interpretiere, ist dieser Komplex eine Art Tempel oder Schrein. Interessant. Eine derart wichtige Einrichtung wird man wohl kaum in einem Schrein unterbringen. Cortana an Captain Keyes. Die Verbindung mit dem Captain ist weg, Cortana. Sein Schiff ist wohl aus der Reichweite oder hat technische Probleme. Versuchen Sie es weiter. Melden Sie mir, wenn der Kontakt wieder da ist und teilen Sie ihm mit, dass der Master Chief und ich die Lage des Kontrollzentrums festgestellt haben. Wir werden uns so bald wie möglich dorthin begeben. Verstanden. Vorhammer Ende. Ich befeuere, dass es zu viele Gegner gibt. Rennen sollst du! Sagst du was? Ich glaube, wir müssen hier raus. Ich hasse dich! Ja! Gerne mit! Ah, das war verrückt. Ich bin hier auch gleich wieder weg. Ich bin hier auch gleich wieder weg. Ich habe euch garantiert nicht mehr schlafen. Ich habe dich geboten. Ich bin hier schwer. Ich habe euch geboten. Ich habe euch geboten. Ich habe euch geboten. von mir selbstmord zum Plan ich glaub hier sind wir falsch doch nee hier sind wir doch richtig gewesen der Komplex verwirrt mich kann ich glaub von hier ne ok folgen wir den Fall der Pferl weiß immer wo es hingeht hier ja genau hier müssen wir lang ich will gar nicht wissen was mich an der Oberfläche erwartet da ist eine Biene in mein Zimmer kommen wollen ich mag es nicht wenn Bienen in mein Zimmer kommen ich werde immer so paranoid ich hab mir allergie gegeben ist nicht gerade lustig wenn die mich beißen deswegen schließlich am besten aus da zum Verlaufen die kleine Krieg ja jetzt mal richtig ich ich hasse die Dicken hier sieht nicht aus wie wir die ganze Band die Lila gibt wir haben könnte creeps me out wir laden noch mal nach nur zur Sicherheit du weißt nie was in der Oberfläche der okay das das war wo war es mehr Wow! Ey, ernsthaft! Mach mal langsam. Flieg los! Tunnelnetzwerken durchzogen ist, die den ganzen Ring umspannen. Sie haben hier sicher auch unseren Kontostand analysiert. So ein Baby ist nicht billig. Sehen wir es von der positiven Seite, Foughammer. Das, was die Allianz am wenigsten erwartet, ist eine Luftlandung. Von unten. Ah, das ist uns aber dick verarscht, die Jungs. Überraschung! Fehlglück! Foughammer Ende! Ich bin immer raus hier. Warte, nehme ich mit. Nimm ich mit! Danke, dass ich meinen Geschützdom benutzen darf, Idioten! Ihr seid manchmal echt dämlich, Allianztruppen. Tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ihr seid das einfach. Ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut und sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!